Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig heute auf unsere neue Ausgabe unseres V-Logs. Thomas, herzlich willkommen. Wieder schön, dass du hier bist. Gerne. Wir hatten das letzte Mal eigentlich gesagt, dass wir jetzt stärker in das Thema Datenschutz auch mal einsteigen, so rechtliche Themen. Aber jetzt gab es doch noch einmal sehr, sehr spannende Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen. Und da wollte man euch ganz brandaktuell informieren, weil GPT beziehungsweise OpenAI jetzt auch sogenannte Funktionsmodelle ermöglicht. Der Thomas kann auch viel mehr berichten. Ich will nur in dem Sinne weiter spoilern. Ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mit KI Funktionen auszulösen, Interaktionen zu realisieren. Also jetzt kann mir die KI nicht nur Informationen geben, sondern wirklich zum tatkräftigen Helfer werden. Aber Thomas, du hast damit experimentiert und ich habe das ein oder andere Beispiel gesehen. Wir sind ja halber die Socken aus den Schuhen geflogen. Gib uns einfach mal einen kleinen Einblick. Ja, vor zwei oder drei Wochen kam von OpenAI die Nachricht, für alle, die direkt Zugriff haben zur API, probiert mal unsere aktuellen Modelle aus. Für die Turbo-Modelle und für das JetGPT-4-Modell, wir haben uns ja schon in der Vergangenheit sehr intensiv um diese zwei Modelle gekümmert, gibt es jetzt eine Zusatzfunktion. Und diese Zusatzfunktion bedeutet, dass wir in den Kontext, den wir dem Modell mitgeben, auch Funktionen mit hinzugeben können. Was bedeutet das? Ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Wir geben, ihr habt die Möglichkeit, dass JetGPT jetzt nicht einfach nur auf der Grundlage von kontextuiertem Inhalt eine Frage generiert, in menschlicher Sprache, sondern, dass wir ihm sagen können, ich möchte gerne mit deiner Antwort eine Maschine bedienen, wie zum Beispiel einen Computer oder dort eine Abfrage machen über ein Computerprogramm für eine gewisse Funktion. Vor allem das Thema Software. Ich will einfach nochmal eine Funktion in einer anderen Software starten. Richtig, genau. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir JetGPT die Funktion nennen, dass wir ihr ebenfalls sagen, in welchem Bereich soll denn diese Funktion identifiziert werden. Und dann nimmt JetGPT den Input, den es bekommt, analysiert es und fragt sich, ist das jetzt die Art von Text oder die Art von Information, die jetzt diese Funktion aufrufen oder auslösen soll? Und wenn ja, dann gibt er uns den Funktionsnamen zurück und dann können wir was mit diesem Funktionsnamen machen. Finde ich mega spannend. Also das heißt, jetzt kann mir JetGPT eben wirklich auch helfen, gewisse Dinge zu initiieren. Zum Beispiel, bestell mir mal das und das in einem Online-Shop oder frage die und die Information in dieser Datenbank ab. Das ist ja möglich. Aber das heißt doch auch, wenn ich es richtig verstehe, Thomas, ich habe ja weiterhin das Sprachmodell, mit dem kommuniziere ich. Jetzt, sage ich mal, habe ich die Möglichkeit, Funktionen auszulösen, aber ich muss ja die Funktion, also praktisch den Trigger-Button, der dann JetGPT oder GPT nutzt, um die Funktion auszulösen, die muss ich ja separat zur Verfügung stellen, oder? Diesen Trigger, den gebe ich zur Verfügung, indem ich JetGPT wieder mit Sprache, also kontextuiert sage, wenn die und die und die Information aufgerufen wird vom Kunden, also wenn du diese Information bekommst, dann löse diesen Trigger aus. Das heißt, hier nutzen wir das Sprachmodell, dass er Sprache analysiert und sich überlegt, ist es jetzt relevant für diese Funktion, ja oder nein? Und dann abhängig von dieser Abwägung dann die Funktion triggert. Ja, aber den Trigger selber, den muss ich ja selber programmieren. Richtig, den müssen wir selber programmieren. Das heißt, wir geben JetGPT nur den Funktionsnamen, ohne dass wir JetGPT sagen, was die Funktion eigentlich macht. Wir geben nur JetGPT-Informationen, wann ausgelöst werden soll. Und wir selbst programmieren all das, was im Hintergrund passieren soll, wenn JetGPT sagt, oh, diese Funktion, die ist jetzt relevant. Aber da sind wir ja flexibel. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht spezielle Quelltexte nutzen oder spezielle Programmiersprachen, so ist es besser formuliert, damit eben JetGPT das kann, sondern ich programmiere die Funktion selbst, zum Beispiel mit meinen eigenen Entwicklern oder ich habe die eigene Kompetenz, ich benahme die, ich sage dann eigentlich nur JetGPT über dieses neue Funktionsmodell. Das ist die Funktion und wenn die Dinge gesagt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du diese Funktion auslöschst. Und dann kann eben jetzt GPT bzw. ich über das Sprachmodell diese Funktion auslösen. Habe ich das so richtig verstanden? Korrekt. Das heißt, so etwas wie, gib mir die aktuellen Zahlen im Bereich Umsatz, damit man so eine Vertriebszahl vielleicht aufrufen kann über so eine Schnittstelle, ist jetzt problemlos möglich. Also mega, mega spannend. Also ich hoffe, euch kann das genauso faszinieren wie mich und natürlich auch wie den Thomas. Wir haben jetzt wirklich ganz neue Möglichkeiten, noch einmal mit KI, mit den Sprachmodellen zu arbeiten. Wir kriegen nicht nur tolle Antworten, wir können jetzt Funktionen auslösen. Das heißt, der Einsatzmöglichkeit wird noch breiter. Da bin ich fest davon überzeugt, da wird es sehr spannende Dinge geben. Sicherlich erleben wir es bald, dass wir wirklich Online-Bestellungen sehr einfach auslösen können über eine KI und andere Dinge. Wir sind da natürlich auch weiterhin am Ausprobieren. Und jetzt ist natürlich auch noch einmal eine wichtige Frage, da will ich schon einmal den nächsten V-Log anspoilern. Ja gut, wie muss ich denn mit dieser KI dann auch arbeiten? Sind die Daten sicher? Wie funktioniert dann auch das? Weil ich will ja diese Funktion dann vielleicht auch in meinem Unternehmen, für meine Website etc. auch implementieren. weil da kannst du sicherlich auch noch einmal vielleicht ganz zum Schluss etwas sagen, Thomas. Wie sieht es aus, die Informationen, die ich OpenAI zum Beispiel einem GTP-Turbo-Modell oder einem GTP-4-Modell zur Verfügung stelle, sind die Daten dann sicher? Oder muss ich davon ausgehen, dass vielleicht OpenAI diese Daten abspeichert? Also zum aktuellen Stand muss ich sagen, dass es recht vage ist, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Daten nicht vertraulich oder allein vertraulich sind. Chat-GPT hat ja jetzt bereits schon die Möglichkeit oder speichert Daten, Historien von Anfragen, von Chat-Verläufen ab und stellt sie einem zur Verfügung, dass man sie entweder selbst wieder weiterführen kann oder dass man sie mit anderen teilen kann. Wir müssen davon ausgehen, dass auch andere Informationen, die wir über die API Chat-GPT zur Verfügung stellen, dass die irgendwo gespeichert werden und gegebenenfalls auch für das weitere Training des Modells verwendet wird. Chat-GPT weist auch darauf hin, dass Daten zum Training weiterverwendet werden kann. Das heißt, dass man hochvertrauliche Informationen nicht einfach so in dieses Modell kippen kann und darauf vertrauen, dass es nicht irgendwo anders irgendwann mal aufkommt. Absolut. Also das heißt, wir müssen weiterhin vorsichtig sein, vor allem mit den OpenAI-Modellen etc. Was geben wir wirklich rein? Aber die Funktionen auslösen letztendlich, das ist aber unkritisch. Die Frage ist dann einfach, welche Informationen oder welche Interaktionen diese Funktionen dann auslösen. Da müssen wir natürlich ein bisschen mit sinnhaftem Verstand drangehen, aber ansonsten trotzdem interessant. Und ich will jetzt trotzdem noch einmal sagen, wo ich dann noch einmal hin will, gibt es vielleicht auch Lösungen, die wir wirklich bei uns hinter der Firewall installieren können. Das wird jetzt der nächste V-Log sein. Den habe ich mit dem Alexander Schulze, freue ich mich schon drauf, Thomas. Deshalb, mit dir mache ich dann sicherlich den übernächsten. Und da noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Jetzt wirklich zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, kommentiert, liked dieses Video, empfehlt es weiter auf LinkedIn, wohin auch immer. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten V-Log. Und bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.